Wie kann man eine Garmin Smartwatch mit der Garmin Connect App verbinden? Darum geht es in diesem Video. Die Anleitung ist gültig für alle Garmin Smartwatches, für alle Garmin Uhren. Es funktioniert mit der Garmin Epyx 2 Sapphire Titanium, die ich jetzt hier im Video verwende, um das Ganze zu zeigen. Funktioniert aber genauso mit der Fenix 7, Fenix 6, Venue, Forerunner, Instinct, Tactics mit allen Garmin Uhren. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. So, um die Garmin Epyx 2 Sapphire Titanium, Sapphire Titan einzurichten, müssen wir sie erstmal einschalten. Also den Knopf oben auf der linken Seite gedrückt halten, bis die Uhr angeht. Dann kurz warten, bis sie bereit ist. Ich habe das Ganze jetzt hier im Schnelldurchlauf gemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Ihr seht, dann ist sie bereit. Man muss dann auf der rechten Seite den oberen Knopf drücken. Dann kann man die Sprache auswählen. Man kann natürlich ein Touchscreen benutzen oder auch die Taste, die mittlere oder die untere Taste auf der linken Seite. Wählt dann die Sprache, die man haben will, zum Beispiel Deutsch und drückt dann die Taste auf der rechten Seite ganz oben rechts. Im nächsten Schritt kann man die Uhr dann mit dem Handy koppeln, mit dem Smartphone. Man kann das Ganze auch von Nein dazu einfach auf der linken Seite den Knopf nach unten drücken, um Nein auszuwählen. Ansonsten einfach oben rechts den Knopf drücken, um das Ganze zu bestätigen. Das heißt, dann laden Sie Garmin Connect Mobile herunter, um die Eindrückung abzuschließen. Die App einfach runterladen, kostenlos Konto erstellen oder einloggen. Dann oben links auf die drei Striche runterscrollen zu Garmin Geräte und dann auf Gerät hinzufügen klicken. Die App wird die Uhr relativ schnell finden. Man drückt dann einfach auf Verbinden. Connect erlauben, dein Gerät zu verwalten, zulassen. Und dann wird ein Pin erscheinen auf der Uhr, den man dann über die Tastatur des Smartphones in der Connect App eingeben muss. Dann einfach auf Koppeln drücken und die Einrichtung der Garmin Apex Gen 2, Sapphire Titanium oder jeder anderen Garmin Smartwatch wird abgeschlossen. Wenn man mehrere Geräte hat, wird man noch gefragt, ob man das neue Gerät, also die Uhr, zum bevorzugten Fitness-Tracker machen will. Wenn man die Uhr also die meiste Zeit trägt und zum Beispiel ein Garmin Edge-Fahrradcomputer nur ein paar Mal, sollte man die Uhr zum bevorzugten Gerät machen. Ansonsten kann man auch noch seine Schlafenszeit einstellen. Bei der Garmin Apex ist es dann so, dass das Display in der Zeit nicht leuchtet und auch, dass die Gestensteuerung nicht aktiviert ist, quasi man nachts nicht durch das Headed-Display geweckt wird, wenn man mit der Uhr schläft. Außerdem werden Benachrichtigungen deaktiviert, sodass man nicht mitten in der Nacht durch eine vibrierende Uhr geweckt wird. Man hat dann noch diverse weitere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel Garmin Pay, WLAN. Ich zeige euch jetzt noch, wie man das WLAN einrichten kann. Also wenn jetzt die Einrichtung der Uhr abgeschlossen ist, kommt der Bildschirm, erste Schritte da einfach draufdrücken. Ansonsten oben rechts auf die drei Striche Geräte auswählen, die Uhr auswählen und dann Einrichtung abschließen. Wir könnten jetzt Musik einrichten, WLAN, Garmin Pay einrichten, Lifetrack. Wir machen einfach WLAN, drücken auf mit WLAN verbinden. Dann sucht die Uhr nach WLANs in der Nähe. Ihr seht, WLAN-Netzwerke wurden gefunden. Jetzt muss man das eigene WLAN aussuchen und über die Bildschirmtastatur das Passwort des WLANs eingeben. Und dann ist die Uhr mit dem WLAN verbunden und die Uhr kann Updates runterladen, ohne mit dem Handy verbunden sein, mit dem Smartphone. Es kann die Daten synchronisieren, hochladen zu Garmin Connect, ohne dass das Handy eingeschaltet ist. Sehr, sehr praktisch, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Seine neue Garmin Smartwatch findet man dann in der App, indem man oben rechts auf die drei Striche geht, dann auf Garmin Geräte im Menü. Und dann hat man Übersicht der Garmin Geräte und was sie gerade machen, ob die Uhr zum Beispiel gerade synchronisiert oder ein Update durchführt. Man kann hier die Einrichtung abschließen oder zum Beispiel oben rechts auf die drei Punkte gehen, auf Gerät entfernen und damit dann die Uhr löschen. Man kann auch diverse Einstellungen, die man sonst an der Uhr vornehmen müsste, direkt über die Garmin App machen, was auch sehr, sehr praktisch ist. Ja, das war mal ein Video zum Thema, wie man Garmin Uhren, Garmin Smartwatches, wie zum Beispiel die Apex 2, Syfy Titanium oder die Phoenix mit der Garmin Connect App auf Android oder iPhone verbinden kann. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass doch einen Daumen hoch da, ist kostenlos, lass auch ein kostenloses Abo da und mach die Glocke an. Dann bekommst du von YouTube immer Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade, das dich interessieren könnte. Also vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.